Eine moderne Druckerei, das ist Handarbeit. Das ist Kopfarbeit. Das ist die Perfektion hochentwickelter Technik. Was die Lerchmüller AG auszeichnet, ist nicht nur der moderne Maschinenpark. Es ist die Zuverlässigkeit und das Können ihrer Mitarbeiter. Das Drucken von Formularen ist eine Ausgabe für Spezialisten. Genauigkeit ist oberstes Gebot. Eine ausgefeilte Logistik sorgt für einen reibungslosen Ablauf und für die Pünktlichkeit der übernommenen Aufträge. Die Lerchmüller AG ist eine der modernsten Endlosdruckereien der Schweiz. Herr Lerchmüller selbst. Grüezi miteinander. Ich begrüsse Sie herzlich in der Druckerei Lerchmüller AG. In der nächsten Viertelstunde möchte ich Ihnen etwas erzählen über Formulare. Erstens, dass Formulare keine trockene Angelegenheiten sind. Wie viele meinen, noch viel weniger ein notwendiges Übel. Sondern ein praktisches Hilfsmittel mit vielen wichtigen Funktionen. Zeitgemässige Gestaltungstechnik, moderne Drucktechnik und neueste Weiterverarbeitungstechniken machen aus einem Formular ein optimales Rationalisierungsinstrument und sind zudem eine gute Visitenkarte Ihrem Unternehmen. Die heutige Computertechnik verlangt immer nach neuen Lösungen. Deshalb sind Formulare anspruchsvolle Produkte, die von der Konzeption bis zur Ausführung durchdacht werden müssen. Es freut uns, dass wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und mit modernsten technischen Ausrüstungen Ihnen Lösungen anbieten, um sämtliche Formularprobleme zu lösen. Bevor ich jetzt das Wort an unseren Produktionsleiter, dem stellvertretenden Direktor Herr Rai, weitergebe, möchte ich Ihnen noch ein paar Zahlen über unsere Firma mitteilen. Im Jahr 1938 hat mein Vater die Firma als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Er hat durch Zielstrebigkeit und Leistungswillen die Firma zur heutigen Grösse ausbauen können. Wir sind heute eine der leistungsfähigsten und bekannten Endlosdruckereien in der Schweiz. Wir haben ca. 70 Mitarbeiter von einer höheren fachlichen Qualifikation, einen modernen Maschinenpark und eine Lasersatzanlage, die übrigens die erste in dieser Art in der Schweiz war. Mit diesen Hilfsmitteln, glaube ich, können wir alle Ansprüche erfüllen, die an ein modernes Formular gestellt werden. Ich gebe Ihnen jetzt die Wort weiter unseren Produktionsleiter Herr Rai. Grüezi. Bevor wir in die Produktion einsteigen, möchte ich Ihnen gerne ein paar Muster zeigen. Hier haben wir als erstes unser jüngstes Kind das Selbstklavette eingetreten. Die können wir drücken in bis zu maximal fünf Farben. Liefern in Rollen oder auf Zickzack, je nach Wunsch. Dann weiter haben wir vom Satz her eine neue Technologie, und zwar den Verlaufrasten, wie wir es hier oben sehr schön sehen. Dann machen wir weiter das Formular für die Rechtwärmung. Das sehen wir gleich hier. Das ist jetzt 1 bedruckt. Beidseitig, Vorderseite, Vierfarbig, Rückseite, Neunfarbig. Dasselbe habe ich auch hier noch. Hier haben wir es auch Vorderseite, Vierfarbig, aber Rückseite, Zlufarbig. Dann weiter wird immer mehr verlangt, Computerformular mit integrierter Etikette. Das sehen wir hier wieder ganz gut. Hier haben wir auf einer Kopie vier verschiedene Etiketten drauf. Die können abgelöst werden und aufs Paket gebracht werden. Auch hier habe ich noch ein Muster mit integrierten Etiketten. Und zwar ist hier mal als erstes wieder die Paketadresse, die man anlösen kann und aufs Paket draufkleiden. Dann haben wir hier integriert eine Bestellkarte. Die kann man ausentrennen. Die ist auf der Rückseite selbstkleidend gummiert. Da kann man die Schutzfolie ablösen und die Karten zusammenkleiden. Und dann hat sie wieder das Gewicht von einer normalen Postkarte wie das PDT vorschreibt. Zusätzlich ist auf dem Formular drauf, noch mehr als Werbegag, ein Blättchen aufgekleidet mit verschiedenen Selfklabetikettchen drauf. Da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bevor sie das fertige Produkt entgegennehmen können, braucht es eine rechte Vorarbeit. Man muss miteinander die Probleme anschauen, erörtern. Dann können wir Ihnen ein sauberes Formular präsentieren. Wir können es grafisch gestalten. Dass Sie Freude haben daran, damit Sie sehen, wie das Ganze funktioniert, wie die Herstellung geht, das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Wir gehen weiter in die Setzerei zum PE 4000. PE 4000, das ist der Laserforms-Komposer von Lerchmüller. Das zurzeit modernste Gerät für Satztechnik. Was früher mühsam am Setzkasten per Hand gesetzt werden musste, wird bei Lerchmüller mit Hilfe der Laser- und Datentechnik voll elektronisch gemacht. Alle Formulare, die Ihnen Herr Rey vorgestellt hat, sind auf dem PE 4000 gestaltet worden. Seine grafischen Möglichkeiten sind so gut wie unbegrenzt. Höchste Konzentration. Elektronische Befehle werden in Linien, Raster und Zeichen umgesetzt. Das Vorlayout. Der erste Schritt der Arbeitsvorbereitung. Zweckmäßiger, verständlicher Aufbau, grafisch ausgewogen. Auch Formulare repräsentieren ein Unternehmen. Eine Aufgabe für Spezialisten, die mit dieser Materie umgehen können. Was hier entsteht, wird hier umgesetzt. Schriften in vielen Variationen von 3 bis 217 Punkt. Waagrecht, senkrecht, schräg platziert, gerastert, negativ. Linien in beliebiger Länge, Stärke und Winkelung. Kästchen mit runden Ecken. Spezialelemente wie Kreise, Dreiecke, positiv oder negativ. Aufgerastert mit und ohne Linienbegrenzung. Unmöglich aufzuzählen, was der PE 4000 alles machen kann. Wenn man es kann. Beobachten Sie, wie sich das Formular auf dem Bildschirm aufbaut. Zeile um Zeile, dünne Linien, dicke Linien, Raster. Filmbelichtung. Der Laserstrahl tut das mit unglaublicher Präzision. Geführt von der Elektronik des PE 4000. Ein Wunderwerk moderner Satztechnik. Der fertige Film. Wer jetzt eine Alchemistenküche zur Herstellung der Druckplatten erwartet, sieht sich enttäuscht. Das ist Vergangenheit. Die Lerchmüller AG benutzt zur Druckplattenherstellung eine vollautomatische Repetierkopiermaschine. Präzis, schnell, sauber. Die Druckplatte ist fertig. Die Arbeitsvorbereitung ist abgeschlossen. Der Druck kann beginnen. Schwere Papierrollen, die auf ihre Verarbeitung warten. Unterschiedliche Papiergewichte, Farben, Formate und Qualitäten. Konstante Temperaturen machen das Papier verarbeitungsfähig. Gut klimatisiertes Papier ist eine wichtige Voraussetzung für einwandfreien Druck. Die zwei Farben Maschinen. für einfachere Formulare. Gedruckt wird im Doppelten Nutzen. Trotzdem lassen sich mit zwei Farben bei entsprechender Gestaltung gute Gesamtergebnisse erzielen. Kontrolle mit dem Stroboskopblitz. Aufblitzendes Licht im Rhythmus der Bewegung macht das Druckergebnis sichtbar. Die sechs Farben Maschine modernster Konstruktion mit spezieller Ausstattung für unsere speziellen Bedürfnisse. Elektronisch gesteuert und überwacht. Deutlich erkennbar die sechs Druckwerke für qualitativ hochwertige Druckerzeugnisse. Im Moment in der Maschine Aktien. Mit Hochgeschwindigkeit rast die Papierbahn über Fahrwerke und Trocknungsstationen. Ablage in Zickzackstapeln. Verpackung in Schachteln. Hier werden mittels Multiflex-Heftung Formulare zusammengeführt. Sieben Lagen in sieben verschiedenen Farben. Dadurch entstehen Formularsätze für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Die Computertechnik verlangt nach immer perfekteren Lösungen im Bereich der Endlos-Formulare. Die Lerchmüller AG kann diese für sie entwickeln. Sie hat die Erfahrung, die Spezialisten und den modernen Maschinenpark. Das Selbstklebeetikett nimmt im Formularwesen einen immer wichtigeren Platz ein, weil es vielseitig einsetzbar ist und die organisatorischen Abläufe, zum Beispiel beim Versamm, vereinfachen kann. Die Maschine zum Spenden von Etiketten. Die Lerchmüller AG ist deshalb auch auf den Druck von Etiketten aller Art spezialisiert. Moderne, leistungsfähige Etikettendruckmaschine mit fünf Farbwerken. Mit ihr lassen sich alle grafischen Möglichkeiten voll ausschöpfen. Ausgerüstet mit einer Ultraviolett-Trocknung werden Etiketten für Endlosdrucke wie auch Kleber für den manuellen Einzelgebrauch hergestellt. Aufwickeln des gestanzten Gitters. Übrig bleibt die fertige Etikettenbahn. Fragen Sie Lerchmüller nach den vielseitigen Möglichkeiten der Etikettenfertigung. Von der einfachen Klebeetikette bis zur Sandwich-Etikette. Auf diese vier Farben Formular-Rotation werden hauptsächlich Formulare gedruckt, die anschliessend zu Snap-Out- und Snap-Band-Garnituren verarbeitet werden. Außerdem eine Maschine, die auch hochwertige Akzidenzdrucksachen rationell herstellen könnte. Im Gegensatz zum Zick-Zack-Kollator werden hier die Snap-Garnituren von bedruckten Endlos-Papierrollen gefertigt. So werden aus Papierbahnen Formularsätze für den Einzelgebrauch. Fertig geschnitten werden sie sorgfältig verpackt und die Kartons etikettiert. Fertig zum Einsatz in verbrauchsgerechten Einheiten. Fertig zum Einsatz in verbrauchten Zees. Fertig zum Einsatz. Fertig zum Einsatz. Fertig zum Einsatz für den Einzelgebrauch. So werden die Zay-Type-Nord und Absolanganituren an authors gemacht. Fertig zum Einsatz in der Inselders. mit eigenem Fahrzeugpark. Dabei gehört die Stapelung in das Kundendrucksachenlager zum selbstverständlichen Kundendienst. Wenn gewünscht, erfolgt auch die Lagerung auf Abruf. Lerchmüller Formulare sind mehr als bedrucktes Papier. Sprechen Sie mit uns. Wir finden auch für Sie die optimale Lösung. Untertitelung des ZDF, 2020